Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja, mit dem heutigen Video starte ich eine kleine Reihe und zwar eine kleine Filme-Verschenkungsreihe. Wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich in der Vergangenheit ein paar richtig tolle Pakete bekommen, unter anderem vom Christopher oder Christopher und auch dem guten Wishmaster. Und die haben mir da ein paar Filme und Filmeditionen und auch Figuren zur Verfügung gestellt, die ich an euch weiterreichen und weiter schenken darf, damit diese Filmeditionen und auch Figuren ein schönes neues Zuhause finden können. Und ich selbst habe mir ja zuletzt 100 Filme via Ebay gekauft und da festgestellt, dass ich da einiges nichts davon brauchen kann. Und auch das möchte ich jetzt im Zuge dieser Aktion und der weiteren Videos an euch weiterreichen und verschenken und dann auch noch weitere Sachen aus meiner privaten Sammlung, die aussortiert wurden. Also, hier seht ihr vor euch vier Stapel DVD-Filme. Ich werde das Ganze ein bisschen aufteilen nach DVD-Filme, Blu-ray-Filme, dann ein paar DVD-Box-Sets, Blu-ray-Box-Sets, ein Steelbook-Paket, ein Mediabook-Paket, ein Serien-Paket, ein Horror-Paket, ein Familien-Paket, ein Harry-Potter-Paket und so weiter und so fort. Denn es ist so viel, dass es einzeln eigentlich gar keinen Sinn macht, das Ganze herzuschenken. Wenn ihr das Glück habt und hier mal ausgesucht werdet, was bekommt und davon etwas nicht gebrauchen könnt, dann könnt ihr es ja an eure Freunde, Familie oder Sonstiges herschenken. Oder ihr sagt, Mensch Manuel, ich schicke diesen Teil da zurück, den kann ich nicht gebrauchen. Es wäre ja auch eine super Geste. Ich habe mir folgendes überlegt, wir haben jetzt hier vier Stapel Filme und ich werde jetzt jeden Film hier einzeln zeigen und ihr zählt mit und wie viele Filme ich da reinhalte, so viel schreibt ihr mir dann in die Kommentare rein, versieht das Ganze mit einem Hashtag, also sagt man mal, es sind jetzt hier 100 Filme, übertrieben sind es natürlich nicht, da macht ihr Hashtag 100 Filme rein und somit teilt ihr mir mit, dass ihr Bock auf diese Aktion und diese Filme habt. Ich habe es jetzt aussortiert, also dass keine Box-Sets mit dabei sind, keine Filmreihen, also irgendwie eine Edition mit Teil 1 bis 4 oder so. Sollte dies trotzdem zufällig der Fall sein, dann zählt dies als ein einziger Film oder Edition. Also Transporter zum Beispiel 1, Transporter 3 ist dann 2 und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr habt das Prinzip kapiert und deswegen würde ich sagen, quatsch mal jetzt gar nicht lange rum. Ich zeige euch, was ihr hier alles abstauben könnt. Es sind ziemlich geile Sachen dabei, manche noch original verpackt, manche gebraucht, manche ein bisschen lädiert halt eben von diesem Ebay-Paket, aber die Filme laufen. Und das ist doch eigentlich das Wichtigste. Also, fangen wir an. Und zwar hier mit dem ersten Stapel, da ist ein etwas lädiertes Steerbook von Last Samurai. Ja, aber trotzdem toll. Es hat nämlich hier so ein richtig tolles Buch mit dabei. Richtig dick. Und alleine deshalb lohnt es sich schon, hier liegt der Film vor, auf DVD plus Bonus-DVD. Also das ist Nummer 1. Ich mache hier ein extra Stapel. Nummer 2, vom Winde verweht. Ja, der Klassiker habe ich mir zuletzt auf Blu-ray gekauft, deswegen kann diese Edition weg. Nummer 3, ihr merkt schon, Moby Dick. Da habe ich ja zuletzt das Mediabook bekommen mit der Blu-ray von Cape Light Pictures, deswegen kann die alte DVD weg. Nummer 4, also weiter werde ich jetzt da nicht mitzählen, das müsst ihr schon selber machen, haben wir Twins, Zwillinge mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Dann geht es weiter mit Total Recall, ebenfalls mit Arnold Schwarzenegger aus meiner Sammlung. Dann Stallone mit Cobra oder City Cobra, das ist die italienische DVD, aber mit deutschem Ton. Ich gucke nochmal hinten drauf. Wo steht es denn da? Alle Mann am Ballermann, das passt. Dann haben wir noch Made of Steel. Also ihr merkt, es sind schon richtig geile Filme mit dabei, hier mit Charlie Sheen. Dann haben wir hier mit Jet Li Hero. Dann haben wir noch Wayne's World, Teil 1. Hier kommen wir dann zu Komödien. Dann haben wir noch Eis am Stiel, Teil Nummer 3. Cooler Teil. Dann haben wir ein Comedy-Programm, auch das zählt als einzelne Edition. Kaya Jana Live. Und dann haben wir noch Dieter Nuhr in nur einen Traum. Soviel einmal zum ersten Stapel. So, das legt man jetzt hier weg. Dann kommen wir gleich zum zweiten Stapel. Das habe ich ja schon angeteasert. Transporter. Dann haben wir Transporter 3. Leider ist der zweite nicht dabei, aber so war das eben in dem Paket. Dann haben wir hier American Pie. Teil Nummer 1. Also ihr seht, es sind nicht nur Gruscht-Filme irgendwie, sondern richtig cool. American Pie, Teil Nummer 4 haben wir hier, oder? Das Klassentreffen. Jo. Dann haben wir das perfekte Geheimnis. Toller Film aus Deutschland. Müsste man echt mal machen bei so einem Abendessen. Alle Handys auf den Tisch und dann gucken wir mal, was da für Nachrichten so eintrudeln. Crocodile Dundee in Los Angeles. Ja. Haben wir hier. Dann haben wir Waterboy. Mit Adam Sandler. Dann haben wir Mr. Bean. Da ist das Cover-Artwork ein bisschen, glaube ich, mal feucht geworden oder so. Keine Ahnung, war in diesem gebrauchten Paket drin. Die Disc sieht aber gut aus. Mr. Bean macht Ferien, ist das. Dann noch was hier mit Rowan Atkinson und zwar Johnny English. Jetzt erst recht. Dann haben wir Zodiac. Spannender Thriller, finde ich richtig klasse. Solche Filme reichen dann auf DVD. Da haben wir Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo und Robert Downey Jr. Echt toller Film. Dann haben wir noch Anon mit Clive Owen und Amanda. Amanda, Safe Read. Amanda. Amanda. Ist es die, nicht die aus Fifty Shades of Grey? Ich habe keine Ahnung, noch nie gesehen. Und dann haben wir hier noch Hellboy Directors Cut. Der dürfte aus dem Paket vom Wishmaster noch sein. Wie so einiges hier. Es ist querbeet durchgemischt. Also hier aber nochmal an der Stelle herzlichen Dank natürlich an den Christopher und natürlich auch an den Wishmaster. Dann machen wir weiter mit dieser Reihe hier. Dann haben wir hier Blackjack. Also die Person muss auf jeden Fall 18 Jahre alt sein, die hier ausgesucht wird. Es sind einige Filme ab 18 dabei. Aber okay, was würden wir machen? Bad Doors haben wir hier noch, den Film. Dann haben wir Deep Impact. Hier noch mit dabei. Auch toller Film. Oh, Tia Leone. Aha. Dann haben wir noch, wow. Galaxy Hunter. Stacy Keach. Shelley Michelle. Okay. Die sieht ein bisschen aus wie Monika Gruber hier vorne. Falls die jemand kennt. Dann haben wir noch Power Elite. Sogar noch original verpackt hier. Dann haben wir noch Blood Fist 2050. Dann haben wir noch Robin Hood mit Russell Crowe im Director's Cut. So, dann haben wir noch Anime hier und zwar vier DVDs. Die zählen alle einzeln. Ja, ich halte die mal rein. Also hier einfach dazu zählen. Einmal Hinotori heißt das oder so. Keine Ahnung. Es ist jetzt aber nichts für meinen Geschmack. Ich habe die mal eingelegt und kurz durchgesappt. War jetzt nichts. Also hier der dritte davon. Ja. Und hier der vierte davon. Also eins, zwei, drei, vier zählen. Zu den anderen dazu. Dann passt es. Und jetzt kommen wir zum letzten Stapel. So, ich tue das hier nochmal zur Seite. Und für alle, die schon am Anfang irgendwie auf Pause gedrückt haben. Die ganzen Dinge hier durchgezählt haben. Und das Video nicht zum Ende gucken, sondern einfach was reinklatschen. Machen wir jetzt was Besonderes. Nämlich den Film Oxford Murders. Den tun wir weg. Und so die Horrorfilme. Was ein Arsch. Und ja. So machen wir das. Damit es sich auch lohnt. Hier durchzuschauen. Ne, war? Highlander haben wir hier. Dann haben wir Highlander 3. Dann haben wir Mission to Mars. Brian de Palma, oder? Ja. Brian de Palma. Hätten wir jetzt auch ein bisschen so in die Horror-Sci-Fi-Richtung geben können. Aber gut. Dann Monty Pythons, wunderbare Welt der Schwerkraft. Ich halte mal die etwas beleibte Dame hier zu. Nicht, dass wieder der YouTube-Filter anspringt. Dann haben wir noch Dune, der Wüstenplanet. Weiß nicht, ob er es will. Komisch, oder? Jetzt hat er es. Also manchmal. Keine Ahnung. Kann auch gut sein, dass der ein oder andere Film jetzt nicht scharf war. Aber ist dann halt so. Und dann haben wir hier noch Batman-Filme. Ich habe die jetzt auch alle mal mit dazu getan. Dann sind die weg, was ihr nicht brauchen könnt. Entweder ihr entsorgt die, schenkt die her, hebt nur die Hüllen auf. Macht damit, was ihr wollt. Wir haben hier Batman und Robin. Teilweise auf Italienisch. Ohne deutsche Tonspur sehe ich da. Aber vielleicht, sage ich ja, braucht ihr die oder guckt O-Ton. Von daher, was soll's. Batman Forever haben wir dann noch hier. Den haben wir sogar zweimal. Aber ihr zählt bitte. Hier. Eins und eins. Auch wenn es zweimal derselbe Film ist. Also da nix trickmäßig oder irgendwas. Einfach eins, zwei, drei. Pro Hülle. Ein Film sozusagen. Den schreibt ihr auch von Gutes. Dann haben wir noch den hier. Was ist das? Batmans Return sozusagen. Mit Michael Keaton, Danny DeVito und der Rattenschaffen. Michelle Pfeiffer als Catwoman. So, und dann haben wir hier noch Batman. Den ersten Teil. Mit Michael Keaton und Nicholson mit am Start. Ich gucke jetzt hier hinten gerade schon. Ist halt alles nur im O-Ton. Aber, ja, wer braucht's. Und zum Schluss haben wir dann noch Titanic Boops als Zugabe obendrein. Also, jetzt haben wir dann unsere 1, 2, 3, 4 Stapel. Ihr zählt die bitte alle durch, ja. Wie viele Editionen das sind. Wie gesagt, pro Hülle. Ein Film. Oder ein Exemplar, das es zu zählen gibt. Dann nehmt ihr die Summe. Verseht die Summe mit einem Hashtag, ja. Unten dran. Schreibt diesen Hashtag und von mir aus 100 in die Kommentare rein. Und dann seid ihr dabei. Jo, wie gesagt, es werden mehrere solcher Aktionen folgen. Sehr viele Pakete. Also, seid gespannt, meine Freunde. Und deswegen, falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Weil dann verpasst ihr keine dieser Aktionen. Die werden euch jetzt diesen kompletten September, wahrscheinlich auch noch in den Oktober mit rein begleiten. Und das war das Zeug. Jetzt endlich mal an den Mann, Frau, die wir es bringen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben oder zwei. Je nachdem, wie viele Accounts ihr habt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Bedanke mich nochmal beim Wishmaster und beim Christopher. Wünsche euch was. Bleibt gesund, meine Freunde. Und Servus. Servus. Servus.